Hallo zusammen, ich möchte Ihnen hier ein Beispiel zeigen für die Benutzung des Debuggers in Verbindung mit beispielhafter Malware. Wir haben hier ein Minimalbeispiel. Hier ist der C-Code dargestellt, der entsprechend kompiliert wurde. In dem Fall ist er jetzt nicht wirklich bösartig, aber wir möchten hier ein Phänomen insbesondere uns anschauen, nämlich das Beispiel, dass hier die Funktion sleep aufgerufen wird mit einem vergleichsweise hohen Wert. Das heißt, hier wird also für drei Minuten quasi nichts gemacht und erst danach wird eine Messagebox aufgerufen und dargestellt. Als Analyst möchten wir diese drei Minuten hier beschleunigen und das können wir eben durch eine Modifikation des Parameters im Debugger machen. Ich zeige das am Beispiel von X64-Debug hier in der 32-Bit-Variante, weil das Zielprogramm mit dem Namen longsleep.exe ist. Das heißt, wir starten den Debugger und wir öffnen unsere Zieldatei longsleep.exe und hier ist es jetzt eben zunächst so, dass der sogenannte System Breakpoint erreicht wird. Das heißt, die erste Instruktion, die überhaupt im User-Mode ausgeführt wird. Wir haben auch das ja schon gesehen in vorherigen Beispielen. Hier handelt es sich um eine Adresse, die in NTDLL liegt. EIP zeigt eben jetzt auf HEX 775505A7. Wir können hier oben auf die Adresse klicken mit der rechten Maustaste und dann über Follow in Memory Dump können wir uns vergewissern, dass wir uns in der Punkt-Text-Section von NTDLL befinden. Jetzt lassen wir das Sample zunächst mal anlaufen über Debug und Run und nutzen, dass X64-Debug auch noch mal beim Eintritt in das Hauptmodul des Programms von sich aus anhält. Das heißt, wir können hier einfach mal Run drücken und der nächste Breakpoint, der erreicht wird, den brauchen wir gar nicht selber zu setzen, sondern das macht eben X64 auch von der Leine, ist der sogenannte Entry-Breakpoint. Und das ist eben der Beginn des Codes in dieser von uns geladenen EXE-Datei und das entspricht eben hier dem kompilierten C-Code, den wir uns eben angeschaut haben. Wir sehen, dass wir hier zunächst mal zwei Instruktionen Prolog haben. Die können wir also zunächst mal ausführen. Ich mache das jetzt zweimal hier mit einem Step-Over und dann sehen wir einen Push eines Immediates, nämlich HEX2BF2.0 und eine Call-Instruktion und der Debugger deutet hier schon an, dass es eben auf die Funktion sleep in der Bibliothek Kernel32 geht. Das heißt, der Immediate hier HEX2BF2.0 ist eben das Argument für diese Sleep-Funktion. Wir können jetzt folgendes machen. Wir lassen diesen Push mal ausführen und sehen dann hier in unserer Stack-Ansicht, dass die Immediate eben auf den Stack gelegt wurde, damit sie eben als Parameter für Sleep gilt. Und jetzt können wir eben diesen Wert hier auf dem Stack modifizieren, indem wir hier mit der rechten Maustaste zum Beispiel draufklicken und dann auf Modify gehen. Und jetzt können wir eben den Speicherinhalt hier modifizieren. Wir können zum Beispiel diesen Wert hier einfach mal auf 0 setzen. Das würde dazu führen, dass die Sleep-Funktion jetzt eben nicht mehr mit dem Parameter HEX2BF2.0 aufgerufen wird, sondern eben mit dem Wert 0. Das heißt, hier werden 0 Millisekunden geschlafen. Und wenn wir das jetzt ausführen über Debug-Step-Over, das heißt, über den Funktionsaufruf lassen wir jetzt den Debugger weiterlaufen. Wir möchten erst an der nächsten Instruktion hier anhalten. Dann haben wir jetzt eben gesehen, dass dieser Sleep quasi wirkungslos wird. Er wurde trotzdem ausgeführt, aber weil wir eben das Argument verändert haben, konnten wir das an der Stelle entsprechend beschleunigen. Und diese Art von Modifikation können wir uns eben an vielen Stellen zunutze machen, wo wir vielleicht Kleinigkeiten in der Ausführung des Codes manipulieren wollen.